Zum ersten Mal nimmt Latterstar an der Schweizer Gesundheitsbefragung teil. Im Mittelpunkt staunen Fragen zur Gesundheitsverwaltung und zum Gesundheitszustand. Befragt werden 1000 Einwohnerinnen und Einwohner von Latterstar im Alter ab 15 Jahren. Das Amt für Gesundheit und das Amt für Statistik führen die Gesundheitsbefragung in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bundesamt für Statistik durch. Es werden dieselben Fragen wie in der Schweiz gestellt, um international vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Wir haben heute eine hervorragende Datenlage, was die Kosten anbelangt. Die öffentlichen Kosten des Gesundheitswesens, gemäss Krankenkassenstatistik, geben wir über 90 Millionen Euro für unser Gesundheitswesen aus. Auf der anderen Seite ist in der Agenda 2020 natürlich auch die Innenaus von der zentralen Ziel, die Lebensqualität der Bevölkerung zu erhöhen. Deshalb möchten wir wissen, wie gesund unsere Bevölkerung ist, wie sind die Verhaltensweisen, die Einstellungen zur Gesundheit. Deshalb hängen wir uns an der Befragung, die in der Schweiz schon seit 20 Jahren gemacht wird, adäquat und angepasst auf die Lechtensteiner-Verhältnisse. Wir haben Sachen gemacht wie die Anpassung des Fragebogens oder die Inhalte der Briefe angepasst, die an die Befragten verschickt werden. Wir haben die Stichprobe gezogen und wir werden die Ergebnisse dann publizieren. Und auf der Seite des Bundesamtes für Statistik wird die ganze, die große Erhebung geplant, weil sie auch in der Schweiz durchgeführt wird. Dann hat das Bundesamt für Statistik hat für uns beispielsweise die Telefonnummern der Stichprobe zugeordnet. Und sie sind zuständig für die Datenaufbereitung und die Plausibilisierung. Wie wird denn die Befragung genau durchgeführt? Die Befragung ist einerseits telefonisch, das wird ungefähr 30 Minuten dauern und dann gibt es noch einen schriftlichen Fragebogen, der hat einen Zeitaufwand von ca. 20 Minuten. Es ist uns bewusst, dass es ein sehr grosser Aufwand ist für die Befragten, aber es werden sehr viele Themenbereiche abgedeckt, sodass die Informationen wirklich auch wertvoll sind für uns. Von dem her sind wir froh, wenn die Leute mitmachen. Laut dem Regierungschef Klaus Tschützscher zählt Gesundheit zu den zentralen Themen unserer Gesellschaft. Deswegen sind zuverlässige Informationen zur Gesundheit der Bevölkerung eine wichtige Grundlage für die Gesundheitspolitik. Wir sind zum Beispiel zentral eine Einstellung der Leute zur Prävention. Wir sind sie eingestellt, eigentlich etwas im Gesundheitswesen zu machen und für die eigene Gesundheit zu tun, was eben Krankheiten vermietet. Und aus dem her kann man dann natürlich auch gesundheitspolitisch allenfalls steuernd wirken, weitere Sensibilisierungen leisten. Und ich glaube, aus dieser Hinsicht hat man noch gemerkt, dass in der Schweiz zum Beispiel gerade Prävention immer wieder ein riesiges Thema ist. Bei uns geht es jetzt vor allem darum, dass wir das, was wir ja bislang beobachten, was wir sehen, auch mit reellen Zahlen zu untermauern.